Ich möchte Ihnen den Avionaut Sky Kindersitz vorstellen. Er ist für Kinder von 40 bis 125 cm bis zu 25 kg und bis zu 6 Jahren bestimmt. Der Sitz wird nach der Norm I-Size R129-3 geprüft. Dies ist der erste Kindersitz der Welt, der diesen besonderen Standard erfüllt. Der Sitz wird nur in Position mit dem Rücken zur Fahrtrichtung eingebaut. Also gemäß dem RWF-Konzept. Der Sitz hat einen zusätzlichen Seitenauffallschutz, der bei Seitenkollisionen noch mehr Schutz bietet. Dieser Schutz kann auch auf die andere Seite des Sitzes montiert werden. Abhängig davon, auf welcher Seite sich die Tür befindet. An der Seite haben wir eine zusätzliche Belüftung, die mit dem Sitz und der Rückenlehne verbunden ist. Dank dessen wird Wärme hier bei langen Fahrten noch besser abgeführt. Dieser Sitz atmet. Im Kindersitz finden Sie eine zusätzliche Einlage, da der Sitz auch für Neugeborene vorgesehen ist. Mit dieser Einlage ist das Kind sehr gut an den Sitz angepasst. Die Einlage ist modular aufgebaut. Auf diese Weise können wir einzelne Komponenten aus der Einlage entnehmen und den Sitz an das heranwachsende Kind anpassen. Wie zum Beispiel auch dieses Element, das unter dem Po eingelegt wird und das Becken in der richtigen Position hält. Was die Kopfstütze betrifft, so ist sie wirklich massiv, groß, aber auch durch Memory-Schaumstoff geschützt, der ihrem Kind Komfort und Bequemlichkeit garantiert und bei einem Seitenauffall einen ausgezeichneten Schutz bietet. Mit dem weiteren Wachstum des Kindes werden diese Seitenelemente sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite entfernt. Diese sind mit einem Klettverschluss befestigt. Zum Schluss können wir auch die zusätzliche Kappe an der Kopfstütze demontieren. Zur Erinnerung, der Sitz eignet sich für Kinder bis zu sechs Jahren. Die in die Gurte integrierte Kopfstütze wird leicht nach oben bewegt. Der Sitz hat noch eine zusätzliche Einlage hinter dem Rücken, die auch entfernt werden kann, wenn Sie feststellen, dass der Platz nicht ausreichend ist. Außerdem ist der Sitz mit einem Fünfpunktgurt ausgestattet, der das Einlegen und Herausnehmen Ihres Kindes erleichtert, da er zusätzliche Versteifungen an den Hüftelementen hat. Diese halten den Gurt so, dass er sich nicht unter den Po Ihres Kindes verschiebt und somit wird das Entnehmen und Einlegen des Kindes leichter. Der Sitz garantiert außerdem eine sehr bequeme Schräglage. Dadurch wird erreicht, dass bei langen Fahrten der Kopf beim Einschlafen des Kindes nicht sinkt. Erwähnenswert ist das Problem, welches bei einigen anderen Autositzen dieser Art auftritt. Das heißt, zu wenig Platz für das Becken und Druck im Schritt. Unsere Konstrukteure haben dieses Problem gelöst. Sie haben die Schnalle etwas weiter entfernt verlegt. Dadurch wurde der Druck im Schritt genommen. Es gibt mehr Platz für das Becken und zusätzlich durch die Verlängerung des Sitzes wurde eine volle Unterstützung für die Beine zugesichert. Also, das wird meine erste Montage des Sitzes im Auto. Ich muss schon sagen, für einen RWF ist es ein ziemlich leichter Sitz. Bereit? Dann machen wir uns an die Montage. Sie erhalten spezielle Zusatzgurte für die Montage des Avionaut Sky. Einer und der zweite. Und zusätzlich einen solchen Seitenschutz für den Fall eines Seitenaufpralls. Das hilft definitiv. Zu Beginn werden wir zusätzliche Befestigungsgurte für den Vordersitz installieren. Zuerst machen wir eine Schlinge. Und montieren eine zweite Schlinge. Denken Sie daran, dass der RWF-Sitz immer mit dem Rücken zur Fahrtrichtung ausgerichtet wird. Wir führen den Gurt durch diese speziellen Ösen und bei diesen Ösen befinden sich spezielle grüne Schnallen, die den ganzen Gurt blockieren. Jetzt führen wir den Gurt durch die zweite Öffnung. Jetzt in der Schloss einspannen. Dann straffen wir den Gurt, um jeglichen Freiraum zu beseitigen. Wenn der Gurt gespannt ist, befestigen wir ihn und machen genau dasselbe auf der anderen Seite. Senken Sie diese Stützbein leicht ab. Aber nicht vollständig, denn wir müssen die Sicherheitsgurte auf der Rückseite des Sitzes noch an solche Haken anschließen. Eine Seite und die andere Seite. Wir versuchen, diese Gurte straff genug zu spannen, um unnötigen Freiraum zu vermeiden. Dann stellen wir die Stütze ein, indem wir die beiden roten Knöpfe drücken. Zum Schluss denken Sie bitte noch an den Seitenschutz. Der muss noch fest montiert werden. Welchen Vorteil haben wir mit dem Avionaut Sky? Zunächst einmal erhalten wir nach der Befestigung eine stabile Struktur. Dank der Autogurte. Und Sicherheit bis zu sechs Jahren. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Avionaut Sky ein Kindersitz für Neugeborene und Kinder bis zu sechs Jahren ist. Das heißt, ein Sitz für lange Jahre der Nutzung. Er wurde auf der Grundlage des RWF-Konzepts entwickelt, das heißt, so lange wie möglich mit dem Rücken zur Fahrt gerichtet. Wissenswert ist, dass Untersuchungen bestätigen, dass mit dem Rücken zur Fahrt gerichtete Sitze das Verletzungsrisiko um bis zu 80 Prozent verringern. Im Vergleich mit Sitzen, die mit der Vorderseite zur Fahrtrichtung gerichtet sind. Wenn Sie also Sicherheit suchen, ist dieser Sitz definitiv etwas für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017